Ja, meine Lieben, herzlich Willkommen bei Avanacho und herzlich Willkommen ins Sin Days to Die. Wir sind ein klein wenig höher. Da unten war Sand, habe ich mich nach oben gegraben. Und ihr seht, da ist auch noch ein bisschen Eisen. Gucken, wie hoch das noch geht. Aber das sieht so aus, als geht es nicht mehr höher, weil hier oben ist schon Decke. Aber es könnte, und es tut, noch ein bisschen reingehen. Das ist schon mal gut, wir wissen, wo noch ein bisschen Eisen ist. So, jetzt muss ich allerdings aufpassen. Ihr seht, hier ist überall noch Eisen. Das kommt von da oben richtig lang und schmuddelig runter. Und eine Lette habe ich eine Menge rausgeholt, so. Und hier sind wir jetzt draußen. Hat sich gelohnt, das Loch noch ein bisschen reinzugreifen? Ja, definitiv. Moment mal. So, verzeihung, das musste mal kurz sein. Na, tu mal, wenn man erkältet ist. So, hier einmal durchgebuddelt. Das ganze Lett weggeholt und dann dort hinten reingebuddelt. Das ist auch schön. So mag ich es leiden. Gut. Stein brauchen wir nicht. Die Kiste ist voll. Warum kriege ich das hier nicht gegriffen? Geht doch. Ihr seht, viel Eisen habe ich da jetzt nicht rausgeholt. Brauchen wir jetzt aber auch noch nicht. Das kommt erst noch. Und wenn ich jetzt das alles nochmal baue und dann zusammenfüge, dann müsste ich ja deutlich, schon deutlich weiter sein. Lohnt sich das überhaupt? Weiß ich jetzt gar nicht. So, wenn die Fallspitzen leer sind, dann machen wir allerdings so langsam mal Stahlspitzen. Dann dürfte auch der Polizist ein bisschen schneller gehen. Wir müssen sowieso aufpassen. Tag 45. 49 ist die Horde. Das heißt 47. Kommt die Hunde. Nur ein bisschen Zeit. Ja, ich weiß. So wollte es weggeknöppelt werden. Bitte schön. So. Noch ein. Und tschüss. Hat er nicht mal was damit. Und die Sachen, die würde ich jetzt ganz gern mal langsam aber sicher rüberholen. Dazu allerdings brauche ich noch ein weiteres Gebäude. So. Ach, die Ressourcenstandung muss ich auch wieder wegnehmen. Die stören mich beim Laufen. So, ihr seht. Das hat alles auch wieder die gleiche Größe. Dürfte auch in etwa den gleichen Standort haben. Was denn? Ach, stimmt. Da waren ja auch noch zwei Nester, ne? Und dann, äh... So. Am Hundetag habe ich jetzt mal geplant, gehen wir nochmal in die Stadt bis dahin. Dürfte nämlich der Toolstore auch wieder aufgefüllt sein. Waren hier nicht irgendwie... Nö. Oder war das hier? Ah, hier. Aber waren hier nicht zwei Nester? Ist ja doof. Da waren noch zwei Nester. Nein, jetzt nicht mehr. Das ist natürlich unschön. Bei Gelegenheit halt die ganzen Ressourcensteine nochmal wegkloppen. Ich dachte, ich hätte schon wieder eingehört. Der ist auch neu. Ja, gut. Ist jetzt mal, äh, gerade ein bisschen relativ. Äh... Restlohn. Armes Häschen. Hm? Wie? Hallo? Was machst denn du da? Jetzt mal ernsthaft. Ihr könnt mir doch nicht immer alles kaputt machen, wenn ich es gerade fertig habe. Das ist eine... unschöne... Sache. So. Und da ist das Häschen. Da könnten wir uns jetzt auch mal, ähm... Nach und nach... Ich glaube, das Jagdmesser... Ne, das war auch ein graues, was ich da drin hatte, ne? Lohnt sich also gar nicht. Sonst hätte ich gesagt, jetzt mal so langsam aber sicher einen Wechsel. Aber wenn das halt auch ein graues ist, dann lohnt sich das nicht. Da ist noch ein Häschen. Na da mal Tuk Tuk. So. Habe ich den jetzt? Hehe. Okay. Hm? Oh, habe ich den vergessen. Und jetzt habe ich nur klein gemacht. Nein, das ist ja doof. Wege hatte ich da nicht drinnen, ne? Äh, ne, habe ich hier. Okay. Dann muss ich jetzt mal kurz an die Schmiede. Und, äh... Ist neu. Hm. Machen wir mal kurz dorthin. Und das machen wir mit dem Müll. Jetzt machen wir es so. Puder. Dann kannst du aber trinken. Und dann ist es auch gut. So, das brauchen wir eh noch. Das kommt nach oben. Das kommt in der Waffenkiste. Hm, das, das und das. Okay. Ja. Und jetzt, äh, machen wir mal schnell einen Grill. Habe ich den vergessen, da wieder mit reinzupacken. So was doof ist. So, und wenn wir dann Workbenchen... ...wär hier was kaputt. Boah. Jetzt kommt da schon wieder so ein durchs Leder Zombie. Das sind jetzt nur noch Zombies hier, wa? Also ich meine, du hast sie gerade weg. Schon... ...kommen die Nächsten. Da kommst du ja wieder, ähm, erinnert mich so ein bisschen an die Neuner-Zeiten. Wo du... ...durch den Dauerspawn, den die hatten, zu gar nichts gekommen bist. Also wie ich die City of Life gebaut habe. Weil halt Zombies durchgehend gespawnt waren. Na ja, und jetzt habe ich halt hier durchgehend... ...gezummelt. Ja, ja, ist schon klar. Ups, da habe ich, glaube ich, vor dem Stein gestanden. Sag ich doch. Kann mir doch keiner erzählen, dass der nicht getroffen hat. Jetzt mal ernsthaft. Das ist Banane. Hei, hei, um. Und du bleibst der Felix fliegen. So, geh doch. Da muss man wirklich zum Teil schon ewig warten... ...und dann geht er einmal quer durch. Und dann kriegt man einen auf den Sack. So, jetzt haben wir es aber Gott sei Dank wieder weg. Wie ich darf. Wo ist der blöde Hund? Ich höre mindestens zwei. Da kannst du schießen, was du willst. Du triffst einfach 90% nicht mehr. So dämlich bin ich dann auch nicht. Und links höre ich schon wieder einen. Vor mir sehe ich noch einen. Okay, die gehören noch zur Rolle. Das ist auch dieses Nachladen, das dauert so ewig lange mittlerweile. Och, alter. Wollt ihr mich hier echt veräppeln? Das ist unheimlich schnell plötzlich auf Anzug gekommen. Na, jetzt kommen von links schon wieder neue Zombies. Ich glaube, das tue ich nicht mehr. Hallo? Hallo? Da oben ist noch einer. Kommt auch auf mich zu. Ja, schon klar. Da kommen noch zwei. Das ist doch jetzt echt. Das ist doch Verarsche. Jetzt mal ganz ehrlich. Da kommt eine Horde. Da kommt eine Schreierin. Da kommen normale Zombies. Das gibt es doch gar nicht mehr. Jetzt fühle ich mich aber echt verarscht. Da bin ich doch schon wieder den ganzen Tag mit Zombie-Campen beschäftigt. Jetzt habe ich zweimal auf die Maus gedrückt, damit ich endlich mal schießen konnte. Sprich, wo er fertig geladen war einmal. Ich habe ja nicht mal Zeit, hier irgendwie was wegzupacken. Dann gab es doch noch irgendwie was zu lesen. Den da. Und das kann ich zerlegen. So, nur noch die Beine jetzt hier. Dann wäre ja endlich mal gut. Weil ich würde nämlich endlich auch mal ganz gern was tun. Ich glaube, ich sollte das öfter instinktiver machen. An sich brauche ich hier. Mach weg. Das kann ich mir ja jederzeit neu machen, wie ich Depp. Oh, da unten ist nur einer. Und dann sollte aber endlich mal Ruhe sein. Hoffe ich zumindest mal. Ich. Also, früher war der Bogen meine absoluten, beziehungsweise die Armbrust, meine absoluten Gliedlingswaffe von denen. Es ist nur noch scheiße. Das ist ja schlimm. Schön, dass er endlich mal nach einem zweiten Drückenau geschossen hat. Was soll ich denn damit? So. Das kann weg. Jetzt kann mal wieder repariert werden. Wo ist er denn? Ach, der ist noch dran. So. Mal gucken, ob ich jetzt endlich anfangen kann zu bauen. Das wäre ja echt mal eine tolle Sache. Oh. Super. Dann mache ich noch diesen Blödsinn. Äh, Spike habe ich noch Platz für. Das ist, ihr kennt mich lange genug, um, äh, zu wissen, dass ich dann, wenn ich genervt bin von. Nee, jetzt. Ernsthaft. Ich habe hier gerade 30 Zombies verkloppt, mindestens. Und was habe ich? Neue Zombies. Wo bist du? Na ja. Keine Ahnung, wieso du hier am Krabbeln bist, aber ich will schon seine Richtigkeit haben. So. Ist jetzt gut. Dann bin ich mal gespannt, ob jetzt endlich mal Ruhe ist. Ja, halbe Folge schon wieder nur mit Zombi-Kloppen verschwendet. Ist irgendwo auch ehrerlich. Was denn? Ach, davon habe ich schon wieder 50. Dann, äh. Machen wir das mal so. So, das kommt Waffe. Das kann zerlegt werden. Dann kommt das da ebenfalls mit rum. Ah, das ist Schmiede. Na ja, und das hier, ähm, Spiritus, Sanctus. Na ja, Gläser. Die wissen, was ich meine. Ähm, die brauche ich jetzt da mit drin. Das stören dann, das stören sie nicht. So, einmal da hin. Das, das, das. Das ist der einzige Vorteil. Die bringen halt Munition mit. Und die kann ich ja nun mal auch brauchen. Ach, Öl. Öl habe ich doch jetzt erstmal hier, ne. 50. 50. Warum ist das da oben? Äh. Ist ja alles. Ne, dann machen wir mal so. So. Geht. Und da ist ja noch mehr Öl. Und da habe ich die Hälfte über sie. Leute, ich habe ja gerade alle Zombies weggeknallt. Wieso höre ich schon wieder ein? Geh, okay, okay. Jetzt lassen wir mal 5 Minuten irgendwas tun. Da wäre ich ja schon zufrieden. Ähm. Ich glaube, hier baue ich mich doch nicht raus. Wegen dem da. Ich müsste hier so schräg hochbauen. Ich glaube, ich mache das. Höh. Dann kommen wir wenigstens noch was tiefer. Dann habe ich ein bisschen Honig. Da hat die Schreitante eine Biene mitgebracht. Ich glaube, das ist ja nicht dieses alte Vieh. So. Das kann man da ran. Und das kann dann auch da erstmal rein. So, den Sand da unten. Wunderbar. Jetzt habe ich immer noch Papier in der Tasche. Mann, 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 Mann. Ähm. Ne. So. Und passt. Dann kann ich auch mal ein paar Hülsen mehr machen. Sehr schön. Äh. Hülsen. Wieso habe ich ein Dichter drin? Weil ich den da nicht habe. Warum auch immer. Das ist auch nicht schlecht. So, dann kann ich von denen wieder 3 Stück machen. Dann haben wir es. Schon wieder kaputt? Ne. Dieses Mal ist alles gut. So, was machst du? Du bist schon wieder weggeflattert. Hast du mir nicht gefunden, ne? Ist deine Brille nicht auf? Ja. Ja. Ähm. Warten gehst du wollte ich nochmal kurz. Ja. Am Hunderttag mal, ähm. Zum Toolstore. In der Hoffnung, dass wir, äh, ein Ding hinzufinden. Ich glaube, der Baum, der stört jetzt aber. Dass wir, äh, einen besseren Motor finden. Ne? Für das Minibike. Das wäre ja so schlecht mal nicht. Ich brauche sowieso nur ein bisschen Holz. Und die kann ich jetzt mal hier irgendwo hinsetzen. Hier wäre doch ganz schick. Blub, blub, blub. Und hier. So. Hätten wir das auch schon mal. Okay, jetzt brauchen wir die. Die brauche ich auch. Warum habe ich... Achso. Ja, ist ja richtig. So. Dann muss ich mal gucken. Das ist direkt der hier, ne? Ne, die ist doch noch da. Ist doch noch nicht raus eben. Die kommt sogar ein Stück tiefer. Ich habe ein neues Haustier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Äh. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn mehr. So, ja. Und warum nicht in der Mitte? Das sind noch mehr wie, ähm... Warte mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. So in etwa. Das kann auch einer mehr oder weniger sein. Der springt ja nur hin und her. Okay. Gucken wir irgendwie weit weg vor. Ah, auch zwei Nester. Ach, die habe ich schon. Ne, könnte doch hinkommen. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und darauf so ein. So. Na, komm. Komm. So ist es rein. Komm her, du Biene. Will dich haben. Weil du mich ärgerst. Ich kriege doch nie. Ne. Mann kann ja mit der Armbrust gar nicht mehr wirklich zielen. Das geht ja also ohne Kimmel und Korn. Kann man halt mit solchen Waffen nicht zielen. Das ist halt so, ne. So, jetzt muss ich gucken. Ähm. Und das Gebäude kann etwas kleiner sein. Ein Vierer. Weil. Ähm. Das eine ist ein Dreier. Das andere ist ein Zweier. Das, ja. Stimmt. Eins. Zwei. Drei. Drei. Okay. Gegenkloppen kann man nicht. Dann ist super. Mehr wollte ich nicht. So. Und dann machen wir uns das Ganze insofern einfacher, als dass ich mir jetzt wieder meine Nagelpistole raushole. Und ich wollte mal einen Grill gemacht haben, ne. Aber das kann ich später machen. Ähm. Wo habe ich mich jetzt hingepackt? Ich glaube. Da. So. Dann wollen wir das erstmal schön hochrüsten. Super. Und. Ne. Da wollte ich hin. Eins. Zwei. Sind hier zwei? Da ist hier einer. Ne. Doch nicht. So gut. Dann haben wir jetzt ein neues Haustier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Das ist ein Fünfer. Und für die Dimmons. Heißt das, wenn wir einen etwas kleineren haben. so jetzt machen wir erstmal wieder die optik damit ich sie nicht vergesse eigentlich müsste das aufgrund dessen dass hier auch ein block ist und der block hier quasi anhält müsste das eigentlich auch für die stabilität noch extra watt geben jetzt mal abgesehen davon dass hier natürlich keine ableitung stattfindet von der kraft die nach unten zieht 123 na super okay das neubauen hat es dann doch nicht so gebracht habe ich das gefühl jetzt habe ich eine menge kram verschwendet zwei drei vier müssen wir also mal wieder müssen tricksen und wir haben auch schon wieder 23 jungen das heißt ich zeige euch jetzt kurz von wegen tricksen und dann ist gut werde ich machen und wenn so so werde ich machen schon jetzt ist mir tatsächlich komplett unverständlich also ich meine hallo die paar woodframes hier dran wieso sollte das nicht halten das ist eine fläche diesen willst da frage ich mich dann jetzt tatsächlich warum naja also so hält da konnte ich jetzt das ist mir nicht zusammengefallen da die ecke ist mir nicht mehr zusammengefallen und hier oben fällt mir wieder zusammen fragezeichen doppelpunkt das ist nur ein vierer ich meine das ist ja noch weniger als zuvor so 1 2 3 4 sind 8 da haben wir da da brauche ich da sowieso noch eine ganze Menge mehr von warum mache ich es ja nicht weil ich eh so wenig holz habe 50 kriege ich ihn so viel brauche ich jetzt sofort nicht aber ich brauche später auch noch welche na na ist doch ein witz so hält es jetzt dann haben die irgendwie mit der 6 1 15 1 und jetzt auf 6 1 bisschen blödsinn gemacht entweder mit dem terrain dass da irgendwie was ist allerdings ich hatte mich ja bei der alten schon mal so durch den boden mit dem dm motor so durch den boden durchgepackt da war ja alles in ordnung da waren keine hüllen von daher auch das ein wenig merkwürdig so was jetzt ein bisschen ärgerlich ist ich glaube ich zerstöre mal hier dieses zimmer das finde ich jetzt nicht gut das finde ich jetzt gar nicht und die kann ich jetzt eher nicht brauchen ja meine lieben wenn es euch gefallen hat lasst mir gerne einen daumen hoch da kommentiert fleißig teilt es gerne auf eure social media wenn ihr möchtet und ja wir machen jetzt hier erstmal die brücke hin damit wir auch weiter kommen da lag es schon richtig mit hier muss ich nämlich erstmal zwei runter oder einen runter ich glaube einen sonst geht das doch gar nicht ja und da und da und da sonst komme ich durch die tür nicht durch das heißt da muss ich so und in der hoffnung das hält so jetzt muss ich eine höhere ja meine lieben wie gesagt wir haben schon in der nächsten folge bis dahin bye bye und dann